Energie. Und dann gehen wir schön mit Tarnfeld hoch. Da sind sie. Schau sie dir nicht an. Hinter dir. Fuck, ich will dich doch packen. Tschüss. Du kannst aber gut fliegen. Nur mal auf Nummer sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. So. Alles klar. Das war's erstmal. Alles gecleared hier. Mensch, ins Kind. Hier ging's aber auch jetzt gut ab. Richtig gut ab ging's hier. Ganz schön viele Leute hier im Dorf gehabt. So, jetzt ab zur Geisel. Ich geb' ihn Deckung, Boss. Jawoll! Wir haben einen Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Padowski. Es... Irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist die Nöber. Ich hab' länglich vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irg... Irgendwas will nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest die Nöber? Ich... Widowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen! Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich geh' nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Feigling. Hören Sie. Wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur... Das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber Sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich Ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Mataharian einen sicheren Exfiltrationspunkt. Ja, das ist mir sowieso lieber. Ich will lieber Leute erschießen und nicht auf irgendwelche Leute aufpassen. Jo, dann machen wir das mal. Wir müssen zurück zum Gebäude, weil da war ja noch ein Raketenwerfer. Den können wir auf jeden Fall dann noch gebrauchen. Oder die würde ich meinen, dass wir zwei brauchen. Ich sehe nämlich auch zwei Markierungen. Oh, schnell nach oben. Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist er. Da ist der erste Panzer schon. Profit, ich bin im Rathaus. Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein. Wir sind hier in einer Forschungseinrichtung. Das muss unsere Ausgrabungsstätte sein. So, arg. Müsste down sein, der Panzer. Ne, ist er nicht. Das hat ihn nicht mal wirklich interessiert. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Was machen wir denn da dagegen? Wie wäre es mit einem zweiten Raketenwerfer? Wo war denn der da? Moment, Panzerchen. Ich bin gleich bei dir. Den anderen, den kann ich jetzt nicht killen. Irgendwie. So, da stehst du gut, Freund. Zack. Ja, einen Panzer habe ich. Den zweiten werde ich nicht down bekommen. Tut mir leid, Kollege. Ich habe keine Munition mehr. Der zerlegt hier alles. Er ist aber schnell weg hier. Wie kriege ich den Panzer tot? Das ist die nächste Frage. Und die nächste Frage ist dann natürlich auch, wie schmeiße ich Granaten? Ah, okay. Alles klar. Hat sich erledigt. Auf Dreieck ist es. Also Y, theoretisch. Aber ich spiele ja mit PS3-Pad. Bloß mein PC hält das für ein Xbox 360-Pad. Schnell hier rüber. Wow! Jetzt muss ich ganz kurz hier rüber. Ich komme, mein kleiner Panzer. Ich komme. Guten Tag. Oh, die Granate war schlecht. Was? Nein! Nein! Ich habe mich selbst gekillt mit der Granate. Ah, fuck. Alles nochmal. Egal. Wir haben ja schon ein bisschen Ahnung, wo wir hin müssen. Hier müssen wir hin. So, jetzt aber fix. Sehr schön. Ein Traum. Ab nach oben. Ah, nee. Hier treffe ich eventuell nicht. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Dann nehmen wir den anderen erstmal unter Beschuss. Dreckspanzereinheit, der war. Hier höre ich ihn. Da kommt er ja. So, nochmal Tarnfeld. Jawohl! Den hat es ja schon zerlegt. Optimal. Ein bisschen fixer hier zum Raketenwerfer hin. So, wo ist der andere? Momentchen. Ich bin gleich bei dir. Da höre ich ihn noch. Da steht er irgendwo. Geiser. Den hat es aber nicht zerlegt. Anscheinend nach. Und Gegner sind ja auch schon wieder. Tarnfeld aktiviert. Da. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Ja, ich muss erst zu dem Panzer. Das bringt nichts. Maximales Tempo. Erst der Panzer, dann die Fußeinheiten, die Fußsoldaten. Damit Psycho hier die Wissenschaftlerin in Sicherheit bringen kann. Tarnfeld aktiviert. Puh. 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 Der will irgendwie. Keine Ahnung, was der vorhat. Aber er will auf jeden Fall nicht. Au. Ich dachte, ich wäre getarnt. Oh mein Gott. Scheiße. Ich dachte, ich wäre getarnt. Oh fuck. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Maximales Tempo. Okay. Nochmal. Auf geht er. Komm schon. Ich weiß, du kannst das. So. Moment. Wir bleiben gleich hier. Genau. Tarnfeld aktiviert. So. Dann komm mal rum. Wo ist er denn? Warum will er denn nicht kommen? Muss ich ihn holen oder was? Maximale Panzerung. Da ist er. Tarnfeld aktiviert. Diesmal aber. Boah, der zerlegt alles. Jawohl. Einer ist schon mal platt. Sehr schön. Uhuhu. Das ist ganz schön schnell. So. Raketenwerfer in die Hand. Diesmal machen wir das anders. Diesmal gehen wir richtig nah ran. Dann reichen drei Schüsse auch. Habe ich das Gefühl. Da ist er. Momentchen. Dich kriege ich schon. Da ist er. Ja, klar. Klar weißt du, dass ich hier bin. Jawohl. Jawohl. Roger. Okay. Bin sofort da. Ich hänge an der fucking Schaukel. Wie schlecht. Yay. Seid bloß raus aus der Stadt. Da sind nämlich auch noch Fußsoldaten. Also zumindest hinter uns auf jeden Fall. So, hier müssen wir nach oben. Bin mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Sehr schön. Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Psycho auf dich ist halt einfach Verlass. Ich weiß gar nicht, warum du Psycho heißt. Keine Ahnung. So, hier geht's nach oben. Moment, ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Maximale Stärke. Oh, Moment. Hier muss ich hin. Da wäre ich jetzt fast falsch gelaufen, oder? Nee. Aber was ist denn hier? Das sieht doch richtig nice aus. Richtig zum Erkunden lädt das ein. Oh, da komme ich nicht hoch. Keine Chance. Keine Chance. Zurück. Kommando zurück. Wir waren schon richtig. Hier müssen wir hoch. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Jawoll. Bitch. Alles gut. Ja, komm schon. Kommst du schon hoch. So. Ich rechne hier mit Gegnern. Okay, meine Freunde. Oh Gott, ich habe keine Munition im Scharfschützengewehr wie Mardik. Was mache ich denn mit denen? Treffe ich den? Unwahrscheinlich. Aber ich habe ihn bekommen. Sehr schön. Jawoll. Noch einer weg. Die haben halt keine Ahnung von wo der Gegner ballert. Der steht immer noch. Jetzt ist er tot. Sehr schön. Alles klar. Sieht gekliert aus. Nee, nicht wirklich. Da ist er. Drei. Ja, ich bin hier auch irgendwo. Immer noch drei. Krass, ey. Wie viele. Da sind sie. Oh fuck. Da kommt er weg. Wollen wir nicht sterben. Hinter mir noch. Plus schnell tarnen, dann ist alles gut. Jawoll. Er ist tot, oder? Ja. Sehr schön. Gib mir erstmal... Nee, dein Scharfgewehr will ich nicht. Wer will denn schon mit Scharfgewehr spielen? Unverschämtheit. So. Irgendwo noch Munition. Munition. Jupp. Das war es auch schon. Ein Traum. Verdammt, ich habe Kontakt. Wir wimmeln jetzt um KVA-Truppen und weiß der Teufel was. Irgendwas künnet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Ich rücke flussaufwärts, ein Krönensystem vor. Treffpunkt dort. Ich bin unterwegs. Bin schon da. Ich rette dir den Arsch. Der müsste da irgendwo sein. Ich treffe den scheiß Kopf nicht. Sie wissen nicht, wo ich bin. Und jetzt wissen sie es erst recht nicht mehr. Fuck. Ich habe alle. Habe ich alle. Sieht fast danach aus. Gott, sind die schlecht. Sind die schlecht gerade. Haben wir gar keinen Plan mehr. Warum spielen die, warum zocken die hier im Dschungel mit, äh, mit Schrocken? Bleiben Sie in Bewegung, Nomad. Da draußen sind immer noch drei Geiseln. Hoffentlich sehen sie besser aus als er hier. Brüllt der mich auf einmal an? Ey, ist ja krass. Ja, die Aliens frieren ganz gerne ihre Opfer ein. Das hält die Nahrung frisch, ganz klar. Schon wieder. Oh denn. großartig. Du bist ja krass. Ja, in meinem See.